ja hallo und ich will ihnen heute zeigen wie sie den essgelder der coin mit bitcoin erhalten ja falls sie bitcoin noch nicht haben dann können sie bitcoin auf coinbase.com kaufen ja einfach ihren kostenlosen account machen auf coinbase.com und dann können sie bitcoin erwerben mit kreditkarte oder mit ihrer bankverbindung ja das geht sozusagen ganz einfach sie geben dann hier sozusagen den betrag ein die für sie kaufen möchten und dann klicken sie hier auch bei bitcoin instantly das heißt sofort bitcoin kaufen ja und da haben sie die bitcoin in ihrer coinbase wallet ja es gelder coin ist nur mit bitcoin ethereum litecoin und dogecoin erhältlich noch nicht mit euro auf coin gabe genau dann senden sie wenn sie die bitcoin haben ja dann klicken sie hier auf accounts im coinbase account auf accounts dann klicken sie hier auf send man geben sie hier ihre adresse ein die sie im coin gabe account finden ja sie gehen sozusagen auf coin gabe punkt kommt sie registrieren sich locken sich dann ein ja mache ich jetzt eben mal bei coin gabe punkt kommen einloggen nachdem sich registriert haben und ihre e-mail verifiziert haben sehen sie hier ist der geld erhältlich ja momentan zum preis von 0,0295 bitcoin sind und immer unter scroller 11 cent us dollar cent ok sie wollen jetzt erst mal ihre ihre bitcoin adresse finden hier ja damit sie mit bitcoin es gelder coins erwerben können genau die finden sie hier indem sie halt hier auf wallet gehen und dann bei wallet auf balance klicken ja dann kommen sie hier auf den overview und finden sozusagen hier ihre bitcoin adresse ja bei ihnen sie das dann so aus wenn sie sich ganz neu eingeloggt haben hier das häkchen entferne genau wenn sie das so aus also hielt ich ihn entfernen und dann schaut das bei ihnen so aus hier sind die ganzen coins hier ist bitcoin dann klicken sie auf deposit dann finden sich hier ihre adresse falls sie hier noch nicht steht klicken sie auf kreieren neue adresse create new address dann erscheint ihre bitcoin adresse diese kopieren sie einfach mit der linken maustaste aufklicken und dann ist die adresse kopiert dann gehen sie wieder zu coinbase.com geben sich hier die adresse ein ja wenn hier ein grünes feld erscheint dann stimmt die adresse dann geben sie hier den betrag ein wie viel sie senden möchten die bitcoin ja zu coin gaza um es gelder coins zu erhalten ja das hier ist die gebühr diese zahlen da klicken sie auf continue das heißt weiter dann bestätigen sie dann halten sie innerhalb von einigen minuten in ihrem coin bis account den bitcoin betrag ja der erscheint dann hier genau und mit bitcoin kennen können sie dann im exchange bei den markt jetzt ja jetzt mal aufklicken dann erscheinen jetzt hier die ganzen märkte finden sie hier ebenso den geldmarkt es gelder markt ganz einfach hier ist er einfach drauf klicken dass der es gelder coin symbol geld genau dann können sie hier sozusagen es gelder kaufen ja schauen sie wie der letzte preis ist hier unten ja sie sehen hier von 0,27 bis hier vom 0,0027 bitcoin bis 0,00295 werden hier preis akzeptiert also das ist der ganze sinn dahinter dass sie erst mal wissen wie der preis per es gelder coin ist ja mit dem symbol geld genau sie geben dann hier den preis 1 sagen wir mal sie wollen erst mal zum anfang nur 100 es gelder coins kaufen ja sind umgerechnet und zehn euro investment naja als anfänger 100 es gelder coins sind rund zehn euro momentan am 28 september 2017 sie geben dann hier den preis ein wie wir gesehen haben sie wollen kaufen sagen wir mal für 0,0028 bitcoin ja es gelder coin 0,0028 sind rund 10 euro cent ja also 0,10 euro 10 euro cent 10 cent sozusagen und dann klicken sie hier submit buy order ja sie zahlen dann hier diese umgerechnet 10 euro heute sind 10 euro am 8 20 september 2017 bitcoin strukturiert kann später anders sein genau aber momentan sind es von 10 euro für 100 es gelder coin einfach auf kaufen klicken dann finden sie hier diese buy order innerhalb von einigen sekunden diese kaufen oder sozusagen haben dann sozusagen umgerechnet insgesamt 0,0028 056 bitcoin investiert rund 10 euro investiert erhalten dann in ihrer wolle ja sehen sie dann diese 100 es gelder coins ja da ich der inhaber bin werden hier sozusagen sehr viel mehr es gelder coins bei mir angezeigt da ich diese transferiert habe von meiner eter wallet genau hier finden sie die ich habe hier rund 500.000 es gelder coins und diese können sie dann ebenso transferieren die können sie ebenso abheben ja zu ihrer my eter wallet.com adresse ja zeige ich mal das eben hier könnt ihr diese zu meiner my eter wallet adresse senden ja das ist my wallet.com hier sollten sie einen account haben um ihre es gelder coin es gelder coin sozusagen zu zu horden zu speichern sozusagen die die später denken wir zu 100 prozent zu 1000 prozent noch mehr an wert gewinnen werden ja also hier sollten sie ebenso ein account haben um ihre es gelder coins halten zu können ja die adresse fängt meistens mit 0x an und dann folgen buchstaben und zahlen bis ja zu 20 stellen ungefähr dann geben sie hier den betrag ein wie viel sie senden wollen zu ihrer wallet dann geben sie hier ihr passwort ein von der coin gaza seite dann klicken sie auf bestätigen und schon haben sie innerhalb von wenigen minuten die es gelder coin mit dem symbol geld in ihrer my eter wallet genau ganz einfach von ihrer my eter wallet können sie diese dann umtauschen in eter ja in eth 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 und dann ebenso in euro umtauschen oder us dollar je nachdem welche währung sie bevorzugen genau so einfach funktioniert hier der kauf von es gelder coins und ich zeige ihnen ich klicke hier nochmal zurück genau fast 5000 vor einem monat im august 2017 genau also wir wissen nicht wie sich das entwickelt hier aber es kann sich ebenso stark entwickeln wir denken nicht gleich so stark wie bitcoin aber es können hier tausend bis zehntausend gewinne fache gewinne passieren ja so wie das momentan mit kryptowährungen der fall ist ja es finden hier ganze disruption statt denn hinter den bitcoin währung stecken natürlich neue industrien neue finanzielle blockchain technologien ja es gelder coin steht für den bildungsmarkt ja es gelder coin widmet sich seit 2008 für die business bildung für die finanzbildung für die investment bildung ja und wir sind stetig am wachsen ja wir sind nicht im minus nicht in den roten zahlen noch nie gewesen seit start des business und ja wir wollen sie als kunden habe an unserem erfolg beteiligen deswegen bei coinbase bekommt ganz einfach hier auch bei sell klicken bitcoin erwerben dann auch bei accounts die bitcoins senden an ihre adresse an ihre bitcoin adresse ja die sie hier bei coin gabe finden in der wallet ja hier bei balance ist dort finden sie ihre bitcoin adresse bei deposit sozusagen klicken und dann können sie diese eingeben senden und sie haben sie bei coin gabe innerhalb wenige minuten haben sie die bitcoin in ihrer wolle können dann bei coin gabe punkt com strickstrich exchange strickstrich geld strickstrich btc geld steht für es gelder coin btc steht für bitcoin können dann mit diesem bitcoin den es gelder coin erwerben momentan ist er im aufschwung er seit gestern hier bei coin gabe im exchange mit bitcoin handelbar ist ebenso mit ethereum handelbar ja ebenso mit light coin handelbar und ebenso mit dodgy coin handelbar ja dodgy coin ist ein joe coin gewesen vor einigen jahren hat sich mittlerweile auch sehr stark entwickelt und ja wir wissen nicht wie es mit dem es gelder coin wird aber wir sehen sehr gute zukunftsaussichten und wenn sie hier investieren können sie hier profitieren ja momentan ist er noch günstig zu haben ja je es gelder coin nur 0,5 us dollar zent ja rund 10 euro zent also sehr günstig momentan zu haben der preis kann höher gehen kann runter gehen ja unser ziel ist momentan natürlich auch ein dollar je das gelder coin zu kommen momentan und das ist unser erstes ziel genau ja sie sehen hier ist dann schon einige bewegungen statt seit gestern meistens kleinere käufe verkäufe genau also bewegungen finden statt preis ist oben ja ganz einfach hier den betrag eingeben wir empfehlen bei 100 zu starten wie schon gesagt und dann den preis eingeben 0,028 das sind 10 cent je es gelder coin wenn sie 100 haben sind das sozusagen 10 euro auf kaufen klicken innerhalb weniger minuten haben sie erst gelder coin hier in ihrer wallet können sie hier behalten ja oder sie senden sie zu ihrer myether wallet coin gather existiert seit 2013 ja also wir denken dass eine firma in der man vertrauen kann ja haben nicht so ein starkes trading volumen wie andere coin exchanges aber für den anfang ist das ok hier genau ja bisher falls sie fragen haben wenn sie sich an mich admin at seongelder.com oder kommen sie zur telegramm gruppe ja ich schreibe ihn mal hier in die telegramm gruppe auf das ist diese hier t.mes gelder coins ja sie draus natürlich die telegramm app Vielen Dank.